hallo und herzlich willkommen jetzt geht es weiter weil ich war mir nur im gamut ein weil ich bin so um den fisch gestorben dass ich so leid in den gamut gehen musste ich habe mir einen kompass oder? na gut wir waren ja beim nächsten mal dabei warum lesen sie jetzt hier? tschüss hallo reggit um jetzt mal dabei die laser auszurichten ich weiß nicht, dass er das nicht mehr wieder ist ich muss ihn mal schnell in meinem kompass machen jetzt ist der kompass nicht mehr da ich kann sie mal noch nicht mehr nicht mehr ich kann sie jetzt nicht mehr ich muss ihn jetzt nicht mehr ab wie ich jetzt nicht mehr das ist nicht mehr ich kann sie nicht mehr ich kann dann mit dem Ja, das ist gut, aber es ist gut. Ich muss den Wolken nur weg Proben Versehen 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 Und hier wird den Schroren verheiratet Versehen 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 Beide Hafer sprechen mit englisch. 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 Wir wollen den ab. Die haben wir erstmal überhaupt keine Ausstattung. Jetzt wird es nicht so weit sein. Ich kann mal probieren. Aua. Da will ich schon hier drauf haben. Jetzt sind wir wieder zu weit entfernt. Hier müssen wir alle an die Behörden machen... ...und wir haben hier einen reindat... Wir stehen hier rein... Ja... ...wolle denqué Gehirns abkommen. Es muss noch ein bisschen bauen Hmm. Hier, 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 hier. Die Szenen sind nicht gerade. Können wir mal gucken, ob wir noch ein paar Laserbomben sind. Wie viele waren die jetzt? Hey, da würde ich die normalen. Wieso? Wieso? Wie ist das denn? Gibt es das Ding? Wieso? 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 Ja, das ist noch ein paar Mengen. Und da könnte ich hier auch aus. Ich denke, das ist noch ein paar Menschen. hier hier noch auf Nummer 3 und dann müssen wir noch die gehen so schauen wir mal ob das jetzt hier ist ob wir eigentlich noch die 3 schau sonst hätten wir gleich mal die Räume bauen Ich weiß nicht, ob ich das nicht kenne, ob ich das nicht kenne. Ach, diese Technik. Oh, das ist die Technik. Jetzt kommt die Karte an. Jetzt kommt die Karte an. Jetzt kommt die Karte an. Das war's für heute. Ja, ja, ja! Sollte Das ist ein bisschen kratten wie das sind. Das ist jetzt zumindest ein Strom, das wir haben. Damit wir erstmal ein Büro haben. Das ist ein bisschen kratten wie das ist. Das ist ein bisschen kratten wie das ist. Das ist ein bisschen kratten wie das ist. Später schön in der Ecosrefen zu bleiben. Oder Strommittel und die Besucher schon welche. Wir müssen jetzt noch ein Strompilokur machen. Sobald zum. Das ist nicht mehr nicht. Häm, hm 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 hm. Hätte ich auch woanders mehr. Ich spürte nicht, wenn die hier jetzt zurückkommen ist. Oh, das ist der Bauhausen. Nein, das ist der Bauhausen. Ich wüsste nicht. Ich werde so schwierig in die Form hinzukriegen. Soll ich dir das offensichtlich? Guck nicht, wie du das offensichtlich hast, oder? Aber guuuuut! Wie gesagt, das ist so schön auch so. So, kann ich denn jetzt überhaupt die Leid? Das geht halt immer weniger, ne? Jetzt, kommt hier nicht so an. So, dann können wir da wieder machen. Jetzt, wo wir Schraub haben, kann man gut sagen, kann man das zu bieten. Und dann, wo wir hier noch ein paar Sachen finden, oder? Ja, das ist so ein paar Sachen. Wie kann man das auch nicht finden? Ja, das ist so ein paar Sachen. Das ist so ein paar Sachen. Ja, das ist so ein paar Sachen. Wenn wir dann den neuen Mob vereinigt bekommen haben. Den holen wir auch schnell. Jetzt müssen wir den Ender mit dem Port verarbeiten. Jetzt müssen wir den Ender mit dem Port verarbeiten. Ich schlug den Port da rein. Und dann kriegen wir den Seelbinder. Wunderbar. Wir müssen dann erstmal den Port wegladen. So, jetzt holen wir. Ein Liter kann. Ich glaube es wird schon mal sehr schwer. Hier brauchen wir nämlich einen Ender mit dem. Wie kriegen wir jetzt eine Ender mit dem? Ich weiß nicht, wir brauchen einen Ender mit dem. So, jetzt können wir den Port wegdraben. Okay, jetzt sage ich das. Wir nehmen ins Format. Los, die wir dann immer weiter. So, dann können wir ihn auch nicht sehen damit machen. So, dann wird sich die richtigen. So, dann strain wir den. Ich bekle mich auf die Garten. Ich bin natürlich nicht verletzend. Dann können wir die Garten. Dann können wir hier auch mit ihren Augen. Ich kann nicht sehen, ob er nicht. Komm doch, komm ja. Ich habe mich gar nicht aneinander ausgemacht. Hm, kackt, komm. Das muss ich ja noch machen. Ich kann auch noch hier. Das Problem wird nur den Endement zu finden. Ob der oben oder unten war. Denkst du hier nicht? Ich kann ständig auch schon, dass ich nicht benutze. Oh ja, so sehen wir hier. Ich muss jetzt nicht mehr geklappt werden. Ich habe ein Problem, dass ich geklappt werden muss. Ich sehe gerade, dass mein Balkon gar nicht richtig aussteht. Ich weiß nicht, was ich zunächst machen wollte. Ich sehe jetzt die Kripp wieder. Der Nachteil ist, die Wochenendermens und freundliche weniger. Einzige Indomens, die hier sein könnten, wären dann hier drin. Nein, 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 nein. Lass mich hoch. Hier komme ich jetzt hoch. Was ist das? Die nächste Möglichkeit ist, das Sendament zu kriegen, dass wir es dunkel machen. Und wo einfach nochmal eine Spawnfläche machen. Hier, dunkel. Wie jetzt der Farmer rausgekriegen wird. Dann geht mal ein bisschen umständlich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich sehe ein bisschen genau, wenn ich dann zum nächsten Mal hole kommen. Jetzt kommen wir wieder in den Spawn für die Erden aufbauen. Jetzt kommen wir wieder in den Spawn. Ich habe mich schon mal so eine Fiskopfläche, weil ich schon viel So kommt genug, dass das vorne ist. Ich hole dich schon mal nicht ein. Ich seh mich schon wieder sterben, hab's ja gewusst, und alles wollte nur so ein blödes Endermin haben. Du bist so ein blödeser. Du bist so ein blödeser. Entschuldigt Also wenn ich es jetzt nicht hinkriegen sollte dann muss ich eine Weile aufstehen fahren Ja 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 Viel Glück Ne Dann haben wir da überleben ja auch nicht Da wollte ich weiterkommen Es geht einfach nicht Da wird schon fertig Meine Mehl Ja 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 Das ist mein Grabstein oben. Soll ich das jetzt gut finden? Endlich bin mal weg, löschen mal weg, endlich habe ich alles. Ob ich nicht habe, ist eine Enderminsehle. Und jetzt auch ein bisschen. Geht, 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 Geht. Oder Ski. Deswegen können diese Größe nicht machen. Also diese Wohngeräte. Gut, oder auch nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Kennen wir denn noch was anderes? Da sind wir auch. Wir sind auf dem Enderman angewiesen. Und 6 Erfahrungspunkte. Die Erfahrungspunkte müssen die Gefängnisse da haben. Können wir jetzt mal gucken, ob wir sie da haben. Das ist ja nicht. 4.75. Da haben wir jetzt auch gerade keinen. Aber mein Problem ist, dass da gerade keine... Vielleicht geht es gerade so. Ich lasse mich fliegen. Schlimmes nur hier auf dieser Ebene. Wir können leider fahren. Ich wohne die gerade nicht. So, ja. Warum? Nö, nicht schon wieder. Warum hat denn der Brenner Pfeile? Da war da gerade ein Endement. Alle öhre mich da gerade. Da bin ich der so runter. Na, kann ich gar nicht reinfallen. WTF? So, okay. Mit diesem Tod werde ich sie jetzt beenden. Ähm. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Definitiv mit Endermen. Also jetzt habe ich die Nase voll davon. Okay, ciao Leute. Ich bin jetzt mal raus. Los. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020